Herzlich Willkommen zu unserem Grappa Brandy Test, eurem Ratgeber zum Grappa. Ein Grappa stammt aus Italien und eine andere Bezeichnung dafür ist der sogenannte Tresterbrand. Der Trester sind hierbei die vergorenen und alkoholhaltigen Pressrückstände bei der Weinherstellung. Dieser wird dann destilliert und auf ungefähr 38% Alkohol gebracht. Ein Original Grappa stammt dabei aus Italien und wird auch nur in Italien hergestellt. Er galt lange als arme Leute Getränk und entsteht aus den Pressrückständen der Weinherstellung. Der Alkoholgehalt schwankt dabei zwischen 37% Alkohol, es gibt aber auch welche mit bis zu 80% Alkohol. Die von uns getesteten und für gut befundenen Produkte findet ihr hier aufgelistet. Der Grappa Brandy in verschiedenen Varianten von diversen Herstellern. Viel Spaß beim Stöbern wünscht euch euer Produktefinder.com